So, da sind wir wieder. Wir haben gerade unsere Freunde befreit. Zumindest drei davon. Also den Dicken. Die Frau, wie heißt die noch? Die mit den Locken, ne? Die Frau von Roth. Also die Geliebte. Ich will noch keinen Namen mehr. Es tut mir echt leid. Und Alex, glaube ich. Wie kann das sein? Alex? Was ist passiert hier? Ich will hier doch nur lang gehen. Hier ist eine Tür. Aufstemm. Stemm mal. Stemm, 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 stemm. Sehr schön gemacht. Aha, wir sind jetzt in der Solarifestung. Sei vorsichtig. Ach du Scheiße, was ist da denn los? Ist da jetzt Aufstand? Weil das alles brennt? Ich würde falsch baren können. Scheiße. Ich will doch nur looten. Was ist das? Gar nix. Hier brennt alles. Ja, toll. Da fehlt uns wieder ein Geocache von eben. Was geht hier ab? Ich bleib mal immer in Bewegung. Ja, weiter. Weiter. Äh, wollen wir da hin? Ne, da wollen wir nicht hin. Wir wollen, wir wollen genau in die andere Richtung. Wir wollen nicht nach oben. So, jetzt einfach oben. Komm, bis dahin nach runter gestürzt. Was machen die da alle? Guck mal, die sterben alle. Äh. Ich meine, es ist ja ganz schön, weil... Da müssen wir das nicht machen. Da ist wieder einer. Hier lang. Da kommt was. Nein, ich will jetzt keine unliebsame Überraschung. Das ist ein Tagebuch. Niemand geht. Nö. Das habe ich auf japanisch vor dem Absturz gehört. Ja, eben. Das Ritual aus dem Mikrosgrab. Was interessiert mich? Es ist so dran. Er will hier weg. Und macht. Und die Schatzkarte hast du auch mitgenommen. Das finde ich klasse. Äh. So, wir da hinterher. Ich laufe da einfach mal hinterher. Leer. Die Outsiderin. Wie soll das nicht tun? Jetzt rumpst es da oben. Das ist ja auch blöd hier. Mit Y ranzoomen. Das ist... Was soll der Blödsinn? Kann ich das nicht auf dem mittleren Mausknopf? Nee, mittlere ist auch schon belegt, ne? Ah, Pfeile. Ah, Pfeile sind immer voll. Halt dich fest. Ich bin irgendwie besser im Springen. Ah, hier kommen wir wieder hoch. Und langsam kriegt man ein Auge dafür. Aufsammeln. Oh, Berghox. Gut. Na, wo ist Matthias? Ich warte jeden Moment auf ihn. Lara, du lebst. Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung. Deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, ja. Sam ist da drin. Aber ich kann Sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, doch. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich. Da, ich, äh, ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Er ist doch ein Arschloch. Der weiß doch ganz genau, was da passiert. Der Drecksack. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samana. Ja. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Bitte. Ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Hemikos Blut fließt durch deine Adern. Ich denke, du weißt das, Samana. Sie sind irre, Mephajas. Warum tun sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich glaube, seit Jahren habe ich auf das gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen. Von diesem Ort. Wir alle sind gefahren. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Nee. Das steht hier. Das muss ein Ende haben. Hinter der Säule. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Das ist aber sehr kurz, sein Leben. Sollen wir wetten? Was ist das denn? Das war ich nicht. Ich habe nicht die Mausbrüge. Ich war hier schon kurz vor. Ich... Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Ich hätte doch... Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Eine neue Waffe? Whitman. Whitman. Und so heil ist der. Der hat sich verpisst. Der Sack. Pisssack. Arschloch. Lauf, Lara, lauf! Zurück! Zurück in den Drohensaal! Das war ja klug. Nein. Boah, wie sieht der denn? Lauf weiter, Sam! Ich komme schon irgendwie raus! Ja, ja. Ich muss nicht wieder kämpfen hier, ne? Da ist die. Nagel, sie weg! Komm schon! Hm. Arena kam! Kopfschluss 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 Ich bin auch weggehüpft Ach ne, er hatte wahrscheinlich noch eine Dynamitstanne Ich habe ihn abgeschossen, dadurch Das war jetzt blöd Ja, ich muss mich besser verstecken Gibt es da nicht irgendwie was Aufschluss So Da hat er ja einen Stromflinder dabei, ne? Äh Die war ja doof Ah, geil Finden sie ein Lager Da geht's raus Nicht? Hoffe ich mal Oh nein Oh mi Wächter Kämpfen sich die Perle Achso, das haben wir ja gelöst Ich guck nochmal, ob hier noch irgendwas im Lager ist In der Halle Ich speichere mal hin Speicherschlot enden Weit her Das hast du ganz toll gemacht Lager Lager So ganz toll lang gelaufen Und hat sich ordentlich verbrannt Hier ist nochmal Muni Warum kriegt man nicht fürs Muni aufs Sammeln Eisenparti Äh, also Erfahrungspunkte Uah, Pfeile Gut, dann laufen wir mal weiter Oh, diese Kämpfe, ne? Arena-Kämpfe ist Echt nix für mich Raus bitte euch Die Außerwärter ist in die Stadt geflogen Wir müssen sie finden Hm? Hm? Ist da noch jemand? Schönen wir Kuh-Krautschen? Nö Äh, C Kappschuss Munition einsammeln Hat denn Ne, warte mal Das ist kein alternativen Schussmodus Da war was Da hat doch was geleuchtet, oder? Bin ich doof, oder? Hä? Geh, findest du die Außerwälde Leck auf! Ah, geil Das war doch gut hier, den komischen Schild, Mann Muss man nur auf den Schädel zielen Ein bisschen guckt der ja rüber Hä? Ich hab da Flaschen gehört Kann man hier rein? Ist hier was hinter der Wand? Ich hab mich verdreht Kann man diese Vase kaputt machen? F Diese Vase, die ist hässlich Ich mach dich kaputt Ich sehe gar nichts Wurden wir hin Los, alle! Findet die Außerwählten! Die gehören mir! Ja, die Mütze! Ja Okay. Ich muss da irgendwie an dem vorbeikommen, aber wie? Wieder da hoch! Hallo? Lalalala! Ich hab jetzt keine Waffe mehr. Nein, nein! Keinen Schritt mehr! Das war's mit dem Versteckspiel! Ich bin nur fertig! Ja! Puff! Ich hab eigentlich noch nicht geholfen. Granatwerfen, ey! Cool! Den Bauzug ist bestimmt daran. Ja, schön ans Gewehr. Ich mach mal rantüddeln. Mit Klebeband. Genauso wie das Magazin. Das hab ich auch schon mit Klebeband festgeklebt. Haben wir geschafft! Drücken Sie mit der Maus, wenn Sie das Gewehr ausgerichtet haben, um damit mit Teilbarrieren zu zerstören. Ja, das machen wir doch. Das üben wir gleich mal. An dieser Metallbarriere. Zieren. Wieviel kommen da noch? Ich hab Nikolai getötet. Ich hab Nikolai getötet. Wieviel kommen da noch? Hat da noch jemand? Wo sind wir hier jetzt eigentlich? Bergungsgut. Ich bräuchte mal wieder Lager. Ich bin voll mit Munition. ich schande mich nachtan! Insofern nutt Margeta! Dich! Ich lack fear. Ach! Und zurück! Mach wo er! Das war's! Mann, bitte